Der Tiger II ist nicht in der Kriegsendphase als rollender Bunker für die Apokalypse an allen Fronten entwickelt und gebaut worden. Das war nicht sein Daseinsgrund. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus Stahl aus dem Deutschen Panzermuseum. Aus dem Museum ist ein gutes Stichwort. Wir haben Dienstbetrieb, das heißt Leute laufen hin und her, sie hören vielleicht mal Motoren draußen, sie hören vielleicht mal Schritte oder es klackt irgendwas. Nicht wundern, bleiben Sie bei mir, wir konzentrieren uns heute auf den Königstiger. Der Königstiger wurde oft gewünscht als Folge in Geschichten aus Stahl und das ist auch kein Wunder, er ist ein faszinierendes Fahrzeug. Und das merkt man schon bei den Einleitungen, die man in ganz vielen Büchern und Dokumentationen quasi immer hört. Da heißt es immer, der Königstiger war der schwerste Panzer des Zweiten Weltkrieges. Ja, da muss man ein bisschen präziser werden. Er war der schwerste in Serie produzierte, eingesetzte klassische Turmpanzer des Zweiten Weltkrieges. Jetzt, nochmal langsamer, er war der schwerste in Serie produzierte, auch eingesetzte Turmpanzer des Weltkrieges. Wenn Sie andere Parameter anlegen, zum Beispiel produziert, aber nicht eingesetzt oder Prototypen oder ohne Turm, dann kommen Sie eben auf andere Fahrzeuge. Aber der klassische Turmpanzer, eingesetzt, in Serie produziert, da war der Königstiger der schwerste. Das Fahrzeug erzeugt auch heute noch, fast 80 Jahre nach seinem sehr, sehr kurzen Einsatzleben, Emotionen wie kaum ein anderes, vielleicht außer der Hetzer oder der andere Tiger. Es wird geliebt und gehasst, es wird verehrt und verspottet, das Fahrzeug, es wird kritisiert und verteidigt. Etliche Erzählungen ranken sich um das Fahrzeug, positiv wie negativ. Positiv, der Königstiger sei kaum zu vernichten gewesen. Er konnte nur aufgehalten werden, wenn die Alliierten Jagdbomber oder Artillerie zu Hilfe holten, um einzelne Königstiger auszuschalten. Negative Erzählung, er sei total untermotorisiert gewesen und daher im Feld völlig unbeweglich, höchstens ein rollender Bunker vielleicht. Positiv, er habe eine enorme Feuerkraft gehabt, die er über Kilometer punktgenau einsetzen konnte. Negativ, die gesamte Konstruktion war notorisch überlastet durch das Gewicht und völlig unzuverlässig und daher ständig kaputt. Positiv, der Königstiger hat unzählige Duelle gewonnen und war daher seine Kosten mehr als wert, also Kosten und Probleme mehr als wert. Negativ, der Königstiger war eine absurde Ressourcenverschwendung, die auf dem Gefechtsfeld keine spürbaren Auswirkungen hatte, aber jede Menge Ressourcen gebunden hat. Wir sehen also, wir haben viel zu tun und es gibt viel zu besprechen. Los geht's! Beginnen wir erstmal mit der Frage, wie wir das Fahrzeug in diesem Video überhaupt nennen. Das Fahrzeug, das hier hinter mir steht, hatte extrem viele verschiedene Namen und zwar auch im offiziellen Schriftverkehr, je nachdem wo und wann man guckt. Die Namen variieren, je nachdem, ob Industrie oder Wehrmacht oder Ministerium darüber redete. Die hatten verschiedene Bezeichnungen teilweise, auch im Schriftverkehr miteinander. Je nachdem, ob es sich um ein Serienfahrzeug oder eines der unzähligen Entwicklungsstufen, Prototypen, Vorstufen handelte. Je nachdem, zu welchem Zeitpunkt seiner Entwicklung das Fahrzeug erwähnt wurde und und und. Insgesamt gab es mehr als ein Dutzend Namensvariationen für diesen Panzer durch die Zeit und die Institutionen. In diesem Video werde ich durchgängig die Begriffe Tiger II, Tiger B und Königstiger nutzen und zwar deckungsgleich. Tiger II und Tiger B waren offizielle Bezeichnungen für das Endprodukt, sind also im Prinzip immer richtig, wenn man um das Fahrzeug allgemein spricht. Es sei denn, es geht ausdrücklich um ein spezifisches Modell während der Entwicklung. Der Name Königstiger war kein offizieller designierter Begriff, aber der Begriff hat es in die offizielle Propaganda geschafft, womit er nicht offiziell ist, aber ausreichend offizieus. Für eine genaue Besprechung zur Frage, wo der Name herkommt, verweise ich auf das Video von Bernhard Kast, Military History Visualized, das ich hier einmal verlinke. Die erste Frage muss die nach dem Ursprung sein. Warum kommt der Königstiger in die Welt? Der Tiger I, der Vorgänger, gilt als einer der erfolgreichsten Panzer der Geschichte. Und obwohl er erst 1943 so richtig in spürbaren Zahlen zum Einsatz kam, wurde er bereits 1944 durch den Tiger II abgelöst. Da stellt sich doch die Frage, warum war das so? Eine Grundidee Hitlers war, dass der Krieg sich in aufeinanderfolgende Kampfperioden aufteilte. Also so ein bisschen so, wie sich der Krieg in der vormodernen Zeit, in der frühen Neuzeit in aufeinanderfolgende Saisons für Feldzüge aufteilte. Mit jedem Jahr, das Vergehe, würde eine neue Generation Panzer auf das Schlachtfeld rollen, dort auftauchen und geplant werden. Dementsprechend war Hitlers Idee, dass man neue Fahrzeuge fertig haben musste, bevor der Gegner einen in die Reaktion und Defensive zwang, indem er neue überlegene Fahrzeuge aufs Feld warb. Und dementsprechend kreisten die Gedanken der Planer schon vor dem Krieg gegen die Sowjetunion, also vor dem Sommer 1941, um größere Kaliber, um längere Kanonen, als die zu der Zeit im Einsatz waren. Und auch, als sie in der Zeit in Planung und Entwicklung waren. Also sie waren noch einen Schritt weiter. Im Frühsommer 1941 wird am Tiger I geplant und für diesen wird die 8,8 Zentimeter mit 56 Kaliberlängen eingeplant. Das bedeutet, mit einem Rohr von circa 4,9 Meter Länge. Gleichzeitig äußert Hitler aber schon da den Wunsch, dass geprüft werden solle, ob auch eine längere 8,8, eine Kanone mit einem deutlich längeren Rohr verbaut werden könnte. Selbes Kaliber, aber längeres Rohr. Denn nicht nur größere Kaliber sind für den Durchschlag von Panzerkanonen entscheidend, nein, auch die Länge des Rohres ist entscheidend. Und diese Tatsache war bei der Entwicklung des 56 Tonnen schweren Tiger I überdeutlich geworden, denn die Kanone des rund 10 Tonnen leichteren Panthers hatte zwar ein kleineres Kaliber, aber eine Länge von 70 Mal diesem Kaliber, also ein rund 5,25 Meter langes Rohr. Und das Resultat, das sich daraus ergab, war aus Sicht der Tiger-Fraktion ziemlich ernüchternd. Denn, Zitat, Aus diesem Grund war es durchaus logisch, eine längere 8,8 Zentimeter Kanone ins Auge zu fassen, denn dann hätte man ja beides vereint. Ein größeres Kaliber und ein längeres Rohr. Perfekt. Hitler forderte daher schon am 26. Mai 1941, also vor dem Überfall auf die Sowjetunion, Frühling, Sommer 1941, Er hat einem Besprechungsprotokoll mit Bezugnahme auf die L56 des Tiger I, also mit Bezugnahme auf diese Kanone, Zitat, Die Wirkung der 8,8 Panzergranate und das Geschütz sind höher zu züchten, sodass Panzer von 100 Millimeter auf etwa 1500 Meter durchschlagen werden. Die 8,8 sei doch im Ursprung für reine Flakzwecke entwickelt, eine dermalartige planmäßige Weiterentwicklung erscheint möglich und sei zu fordern. Zitat Ende. Also, hier wird festgelegt, die 8,8, die im Tiger verbaut ist, soll länger gemacht werden, damit sie bestimmte Panzer durchschlagen kann, gemeint ist Panzerplatten, Panzerstärken, und sie soll dabei auch optimiert werden, baulich optimiert werden. Und damit war die Entwicklung eines Tigers mit einer langen 8,8 Zentimeter Kanone eröffnet, im Mai 1941. Am Ende dieser Entwicklung steht dann das Fahrzeug, das wir heute als Tiger II, Tiger B oder Königstiger kennen. Jetzt war die Entscheidung gefallen, so ein Fahrzeug zu entwickeln. Wie ist das dann vor sich gegangen? Als erstes wird im Juni 1941 Ferdinand Porsche gefragt, ob es ihm möglich sei, im gerade entstehenden Tiger I statt der 56er auch eine längere 8 Zentimeter zu verbauen. Als Waffe der Wahl fällt dabei das Auge auf die 8,8 Zentimeter Flak 41 von Rheinmetall mit einer Länge von 74 Kalibern. Einfach weil sie da ist. Sie ist fertig entwickelt, sie ist verfügbar. Man prüft, ob man sie einbauen kann. Und Porsche antwortet jedoch sehr rasch und ziemlich verbindlich, dass das nicht gehe. Und für diese Entscheidung hat er auch gute Gründe. Eine längere Kanone ist nicht nur baulich in alle Richtungen größer, also sie ist länger, aber sie ist ja auch breiter, höher, was den Verstoß angeht und so weiter und so fort. Sie braucht auch beim Betrieb mehr Platz. Für den längeren Rücklauf des Rohres, für den Ladevorgang mit den bedeutend größeren Patronen und so weiter, braucht man mehr Raum. Und das bedeutet, dass größere Kanonen oft einen größeren Turm brauchten als die Vorgängermodelle. Dann muss aber der Turmdrehkranz, also die Öffnung, die in der Wanne ist, wo der Turm drinsteckt, die muss größer gemacht werden. Und das kann schnell die strukturelle Integrität des Fahrzeuges gefährden. Ist ja klar, wenn Sie ein immer größeres Loch in ein Auto schneiden, dann fällt es irgendwann auseinander. Jedes Chassis kann daher nur eine begrenzte Vergrößerung der ursprünglichen Konstruktion aufnehmen. Irgendwann ist Schluss. Mal ganz abgesehen davon, dass es auch immer ein zusätzliches Gewicht bedeutet, das dann natürlich Motor und Getriebe belastet, was ja ursprünglich auf ein anderes, geringeres Gewicht ausgelegt war. So, also Porsche sagt nein. Das Rüstungsministerium und das Heereswaffenamt geben sich aber nach der Absage von Porsche nicht damit zufrieden und sie geben nicht auf. Und Warprüf 6 schickt nun einen Auftrag an Krupp und Rheinmetall, die doch bitte einen Turm designen sollen, der die Flak 41 aufnehmen könnte und der auf einen Tiger 1 passen sollte. Rheinmetall ist, wenn uns die Quellen nicht täuschen, gar nicht tätig geworden. Also die haben sich da gar nicht mit befasst, aber bei Krupp widmet man sich der Aufgabe und es entwickelt sich in dieser Zeit auf dem Papier aus dem klassischen senkrechten Hufeisenturm des Tiger 1 schon der schräge Turm des Tiger 2. Das entwickelt sich da schon, da wird so ein bisschen darüber nachgedacht, wie das gehen könnte und dieser klassische Hufeisenturm wird schon beiseite gelegt und man fängt mit etwas Neuem an. An dieser Stelle wird dann aber von Wehrmacht und Politik entschieden, dass der Tiger 1 mit der 56 Kaliber langen 8.8 erstmal gebaut werden soll, damit es überhaupt schnellstmöglich losgeht. Das Ding sollte aus den Fabriktörn rollen, Schluss mit dem Rumentwickler, erstmal bauen. Ab dem 100. Tiger 1 könnte man dann immer noch auf eine lange 8,8 cm umschwenken, wenn denn bis dahin eine Lösung gefunden wäre. Und daher schleift das Projekt Tiger mit langen 8,8 erstmal ein bisschen, weil einerseits der konkrete Zeitdruck vorerst mal wegfiel, man hatte jetzt die 56er in Produktion und andererseits die 56er auch erstmal aus dem Tor rollen mussten und dafür wurden die Techniker und Ingenieure wieder gebraucht, die waren gebunden. Also während der Fokus wieder auf dem Tiger 1 liegt, gibt es natürlich weitere Entwicklungen. Am 30. Januar 1942 gibt es eins von unzähligen Treffen und die Akteure der wichtigsten Organisationen für die Panzerentwicklung, also Akteure aus dem Heereswaffenamt, aus der Panzerkommission und aus dem Hauptausschuss Panzer einigten sich angesichts der Erfahrungen aus der Ostfront darauf, dass ein neuer Tiger mit der langen 8,8 cm Kanone besser auch gleich eine 60 Grad geneigte Frontpanzerung haben sollte. Das ist ein entscheidender Schritt. In dieser frühen Phase entsteht langsam die Form, die wir mit dem Kriegsendphasen-Königsdiger verbinden, sowohl im Turm, vom Hufeisenturm weg zum schrägen Turm, als auch in der Wannenformgebung. Alles schon Ende 1941, Anfang 1942. Einige Zeit zuvor hatte mal wieder aus dem Hitler persönlich gefordert, die Frontpanzerplatte des Tigers von 100 auf 150 mm zu verdicken. Und damit ist jetzt auch schon so früh die berühmte Panzerstärke des Tiger II auf dem Papier schon da. Und dann im April 1942 fängt auch Henschel wieder ernsthaft an, auf einem Tiger mit einer langen Kanone herumzudenken und zieht das in dem Entwurf alles zusammen. Auch Porsche hat das Projekt wieder im Auge, da sich ja nun die technischen Rahmenbedingungen geändert haben und nochmal neu überlegt werden kann, was sich seit dem Sommer 1941 jetzt an Möglichkeiten ergeben hat. Und hier muss man sich mal die beiden oder die zeitlichen Relationen der beiden Projekte Tiger I und Tiger II in Erinnerung rufen. Noch während Henschel und Porsche im Jahr 1942 um den Zuschlag für den Tiger I kämpfen, beschäftigen sich beide Firmen schon an Lösungen für das, was später der Königstiger werden sollte, für den Tiger II. Porsche hat bekanntlich das Rennen um den Tiger I verloren und er verlor auch das Rennen im Wettbewerb um den Tiger II. Er formulierte einige an sich spannende Ideen, wie er das immer tat, interessante Ingenieurslösungen. So gab es zum Beispiel einen Wurf, der den Turm nach hinten setzte. Und auch am Besonderes Amtturm sind hier auch schon erste strukturelle Ähnlichkeiten mit der späteren Maus klar erkennbar. Und eigentlich, auch wie immer, funktionierten seine originellen Ideen nicht so richtig. So testete er in dieser Phase nicht weniger als fünf verschiedene Variationen von Motorisierung. Natürlich typisch Porsche wieder mit Elektromotoranteilen. Und wie beim Tiger I wurden auch hier schon wieder Verträge vorab für solche Fahrzeuge vergeben, bevor die Entwicklung abgeschlossen war. Aber wie bereits vorweggenommen, es klappt nicht. Nicht. Letztlich wurde Porsches Projekt eben abgelehnt. Und zwar im November 1942 durch das jahres Waffenamt, weil Porsche seine Motoren und seine Laufwerke immer noch nicht in den Griff kriegte. Und sowas ging vielleicht früher mal, aber jetzt nicht mehr. Porsches Ideen, die mal wieder neue Ansätze in den Panzerbau bringen sollten, passten jetzt nicht mehr in eine Zeit, in der an der Ostfront der zweite Sieg... Entschuldigung, genau nicht. Der zweite Sommer ohne Sieg verging und der militärische Druck immer größer wurde. Da war die Bereitschaft zu experimenten wesentlich geringer als vorher. Aber wie gesagt, hatte Henschel ja auch im April 1942 wieder angefangen, an dem Fahrzeug zu arbeiten, wie man einen Tiger mit langer Kanone ausstatten könnte. Und anfangs plant Henschel noch so eine Art Übergangsfahrzeug, eine organische Entwicklung. Die wird intern Tiger II genannt oder im externen Schriftverkehr VK 45.02H. Also VK Vollkettenfahrzeug, 45, 45 Tonnen, 02 Version 2, Henschel. Hier sollte also der neue Turm auf die alte Wanne, die aber schon eine schräge Panzerung kriegen sollte. Und auch eine dickere war ja die Vorgabe, die zwischenzeitlich gemacht worden war. Dieses Modell wurde aber nur relativ zögerlich vorangetrieben, da es erstens immer noch ein technisch schwieriger Ansatz war und weil zweitens in Wehrmacht und Politik eine Vereinheitlichung der beiden Typen Tiger und Panther diskutiert wurde. Und Henschel wollte sich in der Phase keine Arbeit für den Papierkorb machen, indem sie sich irgendwas Neues ausdenken und nachher wieder zurück müssen, um die beiden Modelle zusammenzuführen. Daher ist von diesem Fahrzeug, von diesem Tiger II, auch nichts erhalten außer Schriftverkehr. Kein Modell oder keine Zeichnung. Es gibt so spätere Imaginationen, aber kein zeitgenössisches Dokument. Die richtige Arbeit an dem, was später wirklich der Königstiger wird, beginnt bei Henschel im Oktober 1942. Also ironischerweise kurz bevor das Porsche-Projekt endgültig gestoppt und rausgekantet wird. Nun wird bei Henschel nochmal ganz neu angesetzt. Man macht sich also völlig neue Ideen. Und die erwartete Idee einer Harmonisierung von Tiger und Panther wird schon mal mit eingeplant, weil sie in dem damaligen Klima, in Politik und Militär immer wahrscheinlicher wurde. Also es war jetzt plausibel, damit zu rechnen. Und Henschels vorsichtige Planung zahlt sich tatsächlich aus. Die Firma erhält nämlich am 17. Februar 1943 den Auftrag, den neuen Tiger so anzupassen, dass er mit dem zu dem Zeitpunkt geplanten Panther II möglichst viele Teile teilen kann. Unter anderem die Lenkung, Getriebe, Motor, Laufrollen, wenn die auch mit verschiedenen Drehsteben. Also es sollte eine Austauschbarkeit zwischen dem Tiger II und Panther II hergestellt werden. Der Vorgang, das jetzt aneinander anzupassen, also die Entwicklung, die bei Henschel auf den Tisch schlagen und das, was gefordert war, dauerte nochmal circa drei Monate, zumindest laut Erwin Aders, dem leitenden Ingenieur für Tiger-Bauteile bei Krupp im Nachkrieg auf dem Protokoll. Manches klappte dabei, manches nicht, manches wurde wieder verworfen und so weiter und so fort. So bekam der Tiger II dann doch das Getriebe des Tiger I und nicht das des Panthers und so weiter. Da brauchen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Durch diese Harmonisierung hat der Tiger II übrigens sein schräges Heck erhalten, das baulich bedingt von den Panther-Konstruktionen übernommen werden musste. Und damit sind nun alle drei auffälligsten äußerlichen Merkmale des Tiger II vorhanden, die ihn vom Tiger I unterscheiden. Die schräge Frontpanzerung, die auch sehr dick ist, auch wenn man das nicht sieht, der eigene Turm, der kein Hufeisenturm mehr ist, und das schräge Heck. Noch mal zur Zeitachse, das ist mir relativ wichtig. Im Herbst 1941 war man davon ausgegangen, dass man nur 100 Tiger I mit der 56 A8 bauen würde. Im Oktober 1942 war man dann schon realistischer, aber immer noch optimistisch. Man wollte nur ca. 400 Tiger I bauen mit der 56 A8, dann sollte auf die lange Kanone umgestellt werden. Wir wissen, dass das alles noch länger dauerte, als das da geplant war. Aber wichtig ist, man setzte dennoch trotz aller ungewollten Verzögerung von Anfang an voll auf den Tiger mit der langen Kanone, das, was später der Tiger II werden sollte. Man setzte auf den Tiger mit der langen Nacht acht. Bevor auch noch das erste Versuchsfahrzeug zusammengebaut war, hatte das Heereswaffenamt schon Bestellung für 1200 Fahrzeuge aufgegeben. Diese Tatsache ist mir deshalb wichtig, weil es eine zentrale Erzählung des Königstigers hinterfragt. Denn ganz oft wird Tiger I und Tiger II gegenübergestellt, und der Tiger I als der praktikable, der robuste, der kampfkräftige Panzer betrachtet, der sich in der höchsten Belastung bei der Wehrmacht sehr bewährt hat. Der Königstiger, im Unterschied dazu, wird dann als Absurdität der absoluten Kriegsendphase betrachtet. Also ein typisches Beispiel für den Gigantismus im Untergang. Die eben skizzierte Entwicklung zeigt aber, dass die Zeitgenossen das genau gegenteilig sahen. Der Tiger I mit der kurzen 8-8 war für sie ein Übergangsmodell, ein Einstiegsmodell in die Tigerfamilie. Der war das halbherzige Fahrzeug. Zwar gut gepanzert, aber in der Feuerkraft gar kein Fortschritt zum Panther. Der Tiger II hingegen war für die Militärs, die Ingenieure und die Politiker, sehr früh und sehr verbindlich der eigentliche große Schritt in der Panzerentwicklung. Der Tiger mit der langen Kanone, muss man sagen. War der eigentliche große Wurf, war der eigentliche Tiger. Und das schon sehr früh, nämlich im Sommer 1941 und dann kontinuierlich. Der Tiger I war deshalb von Beginn ein Modell auf Abruf, obwohl er heute die Erinnerung so stark dominiert. Die großen Produktionszahlen des Tiger I und der späte Start des Tiger II in der Kriegsendphase sind lediglich vielfältigen ungewollten Verzögerungen geschuldet, denen wir uns gleich noch im Detail widmen werden. So, das war mir einmal wichtig. Immerhin, im Oktober 1943 rollt dann der erste Prototyp aus dem Fabriktor, beziehungsweise aus der Halle, bestimmt nicht aus dem Fabriktor. Im Dezember 1943 dann zwei weitere. Und dazwischen, im November 1943, akzeptiert das Heereswaffenamt dann auch den ersten Prototypen für die Serienfertigung. Also, November 1943, zwei Jahre nach den ersten konkreten Überlegungen, zweieinhalb nach den ersten Gedankenspielen und lediglich ein Jahr, nachdem Henschel richtig angefangen hat zu arbeiten. Das bedeutet übrigens auch, und das ist wichtig, dass das Fahrzeug noch zu einer Zeit entwickelt, angedacht und durchdacht und konzipiert wurde, nämlich im Sommer 1941 und auch noch im Jahr 1942 bis Anfang 1943, als es noch richtigen Panzerkrieg gab, also Bewegungskrieg mit mechanisierten Verbänden, die große Bewegungen, Flanken, die berühmten Pfeile auf der Karte, all das durchgeführt haben. 1941, 1942 standen alle Akteure noch voll unter dem Eindruck des Sieges in Frankreich und auch der taktischen und operativen Erfolge auf anderen Schauplätzen. Afrika, Balkan, Sowjetunion, auch wenn es teilweise anders ausgegangen ist, aber die Siege der Panzerwaffe waren ja noch da. Und die Akteure sahen den mechanisierten Bewegungskrieg, auch 1942 und sogar vor kurzem noch 1943, als valides Konzept, als funktionierende Doktrin, als das Mittel zum Sieg. Trotz aller Rückschläge, trotz aller Probleme. Der Tiger II ist nicht in der Kriegsendphase als rollender Bunker für die Apokalypse an allen Fronten entwickelt und gebaut worden. Das war nicht sein Daseinsgrund. Deswegen kann man auch nicht sagen, er habe wenigstens diese Aufgabe vernünftig erfüllt. Ja, er wurde faktisch so eingesetzt. Aber das war nicht das Kriegsbild, für das er gebaut war. Gebaut wurde er als die nächste Generation der Fahrzeuge, die den Blitzkrieg geprägt hatten. Und er sollte weiter diese Art des Krieges, den operativen Bewegungskrieg, durchführen. Sein Daseinsgrund war die 8-8, die lange 8-8, aber er sollte eine alte Kriegführung damit weiterführen. Dieses neue Fahrzeug, was jetzt gebaut wird, hatte bei Henschel firmenintern übrigens die Kennung VK 4503, also Vollkette, 45 Tonnen, 03. Und wurde auch prägnant Tiger III genannt. Warum Tiger III? Weil es eben für Henschel der dritte Tiger war, an dem sie arbeiteten. Der erste war der normale Tiger I, der ja auch in Serie ging mit der 56er. Der zweite war das Übergangsmodell Tiger II, alte Wanne, aber schon schräge Panzerung. Das nie richtig ausgearbeitet wurde, wir erinnern uns. Und der dritte ist nun der pantherartige Tiger, der am Ende auch in Serie geht. Pantherartig, weil die Form eben daran anmutet. Am 5. März 1943 wurde der Tiger dann auch intern rücknummeriert, weil der Tiger II nach interne Logik ja nie real entwickelt worden war. Deswegen hat man ihn aus der Geschichte verbannt. Und daher wird der Tiger III nach Henschel-Nomenklatur nun zum Tiger II erklärt. Aber auch zum Tiger Ausführung B, wenn man der Nomenklatur des Heeres Waffen anfolgt. Hä? Warum das? Wie heißt dieses Fahrzeug nun? Die bauende Firma und das beauftragende Amt benutzten verschiedene Benahmungen. Und das ist mehr als ein Detail, denn da drin steckt eine sehr spannende Frage. Was haben wir jetzt hier eigentlich stehen? Einen ganz neuen Panzer? Oder nur eine Version eines älteren Panzers, eine neue Version Ausführung des Tigers? Die Wehrmacht hat ja prinzipiell neue Panzertypen mit römischen Zahlen durchnummeriert. Panzer I, Panzer II, Panzer III und so weiter und so fort. Und nein, Panzer VII und Panzer VIII sind niemals vergeben worden. Nein, auch wenn es teilweise im Netz so steht. Die verschiedenen Versionen oder wie die Ausführung sagte, die verschiedenen Ausführungen dieser Panzertypen hingegen wurden dann mit Buchstaben durchnummeriert oder durchbuchstabiert. Und so kommt dann zum Beispiel zustande Panzer I, Ausführung B oder Panzer IV, Ausführung G und so weiter und so fort. Kennen Sie alle. Beim Tiger konkurrieren nun also beide Ansichten. Die Firma, die das Fahrzeug gebaut hat, nennt es Tiger II. Also einen neuen Typ, wenn auch aus der Familie der Tiger-Panzer. Es sind nicht mehr Panzer VII oder so, sondern Tiger II. Das Heereswaffenamt, das das Fahrzeug mit definiert hat und einsetzt, nennt es Tiger Ausführung B. Für sie ist es also nur die neue Version des Tiger I. Wenn man sich anschaut, wie radikal sich beispielsweise der Panzer IV durch seine ganzen Ausführungen verändert hat, ist die Logik des Heereswaffenamtes durchaus nachvollziehbar. Auch beim Panzer IV hat sich die Kanone verändert. Und zwar radikal. Hat sich die Panzerung verändert. Dadurch die Gesamtform hat sich verändert. Im Prinzip alles. Und es bleibt im Kern trotzdem ein Panzer IV. Andererseits kam da ja die Veränderung auch über viele Jahre in organischen Schritten. Der neue Tiger hingegen hat einen riesigen Sprung gemacht. Er hat mit einem Schlag extrem viele neue Bauteile bekommen und eine völlig neue Formgebung erhalten. Also er entwickelt sich einen großen Sprung nach vorne. Und das macht dann wiederum die Logik von Henschel plausibel. Der Sprung von einem zum anderen Tiger so radikal gewesen, dass ein Ausführungsbuchstabe eigentlich nicht wirklich ausgereicht hat. Wie gesagt, ich benutze weiterhin einfach Tiger II, B und Königstiger im Wechsel, damit es uns nicht langweilig wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017